Sport, Spiel und Erholung für die ganze Familie im Freibad Bad Füssing. Abseits der berühmten drei Termen Bad Füssings garantiert das Freibad einen echten Sommerspaß für Jung und Alt. Mit seinen knapp 2600 Quadratmetern Gesamtwasseroberfläche und einem alten, schattenspennenden Baumbestand. Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen eine Attraktion, die 83 Meter lange und 8 Meter hohe Wasserrutsche. Auf der großzügigen Liegewiese findet sich immer ein ruhiges Plätzchen für Sonnenanbieter oder Schattensuchende. Im Übrigen ist das Wasser im Freibad natürlich kein heilkräftiges Thermalwasser, sondern ein mindestens 24 Grad warmes, angenehmes Wasser zum sportlichen oder entspannten Schwimmen. Das Freibad in Bad Füssing ist täglich von 8.30 Uhr bis 20 Uhr für Sie geöffnet. Das Freibad in Bad Füssing ist das Wasser im Freibad.